Ich fühl dich nur angesprochen, wenn es auch dein Sternzeichen ist. Deswegen wird heute was sehr Gutes passieren. Fische, ihr solltet heute Lotto spielen. Wer sollte heute einfach den ganzen Tag im Bett bleiben? Löwe. Tut mir leid, es gibt noch andere Tage. Wer sollte sich heute lieber bei seinem besten Freund oder seiner besten Freundin melden? Steinburg. Ich hoffe etwas Positives. Wer hat heute Bettherde, sein Vater? Jungfrau. Nicht der beste Tag, um zum Friseur zu gehen. Wer ist heute aus dem Bett gefallen und sah sofort aus wie Beyoncé? Zwilling. Ich gönne es euch. Und wir haben zwei, die sich heute besonders lieben. Vage. Eine ausgeglichene Liebe. Mit. Es wird emotional. Ich nicht wahr. Es wird ensachetisch.